hallo liebe freunde da sind wir wieder in unserem pharma drama ich habe es wirklich geschafft einen einzigen trecker haben wir noch gelassen und ein kipper war auch da und ich habe mein getreide einen vollen tank habe ich im drescher und den werde ich jetzt abladen mein erstes feld mit dem drescher abgedrescht und ist nichts gekauft worden bis jetzt außer mein hub ist wieder leer geräumt keine ahnung aber dafür habe ich jetzt keine zeit ich versuche jetzt einfach meine ernte weiterzumachen und wenn es dann im weg ist wenn ich jetzt besorge ist daher so wieder weg also ich besorge jetzt zu hause versuche ich irgendwas wieder aufzutreiben und wenn dann hier zurückkommen ist hier wieder alles weg also von daher ist das blödsinn hallo ja was sie müssen mir helfen ach das fehlt noch erst wollen sie mich anzeigen hier wegen scheiße und die und andere ich habe ein umfall gebildt ach das dafür müssen bei der polizei dafür kann ich nichts ja ich mein telefon ist kaputt na ja doch bei dem nicht anrufen ja dann moment da rufe ich an das kann ich übernehmen moment moment bin da hinten in den treffer reingefahren ja das ist der hänger vom vom bauern der wird ich freuen ich hatte kopfschmerzen ja ich kann noch mal ich versuche mal den den reitmeier anzurufen oder doch machen sie das bitte bitte ich warte am trekker aber nicht meinen ich rufe an ich rufe den an den den herren mal moment moment menschen kann telefonieren bitte ja mal ja der kalle fuchs war eben bei mir der hatten unfall gebaut er ist dem dem jungen bauern in seinen anhänger reingefahren der wartet hier beim feld 3 sein handy wäre kaputt er würde sie ja er wird sie anrufen aber es ging leider nicht der herr jung der herr fuchs ist dem herrn jungen bauern in den traktor gefahren ok ja und er wollte sie anrufen und sein sein handy war kaputt jetzt habe ich sie angerufen für den unfall zu melden und die warten hier am feld auf sie die warten auf mich ja ein ganz simpler polizei einsatz ok ja passt und noch nicht ganz nebenbei bei mir am hof fehlen wieder irgendwelche fahrzeuge falls irgendwo aufdachen sollten nur so kurz ich werde also im prinzip meine ganzen traktoren sind weg keine ahnung wo sie sind aber die spezialkommander ist schon auf der suche das davon gehe ich aus ja bin aber vielen dank alles wort team alle international genau international auf jeden fall was anderes habe ich gerne erwartet ok alles klar ja tschüss und verarschen alle das ist dann witzig alles das ist also blöd man sieht das gar nicht hier das kommt dann bevor als wenn das hier also im original sieht man das besser das muss schon sagen wie es ist eventuell wäre es ja auch möglich dass sogar noch mein eigenes stroh reinfahren könnte genau diese map ist das richtig aber wie gesagt ich muss mal schauen im moment ist das alles bisschen problematisch ja wir können uns heute haben nicht treffen das geht nicht ich weiß nicht wo der kirchenschlüssel ist herr pfarrer vielleicht geht das ja sie haben mit jemanden gesprochen julian oder julia nein niemals ich hoffe ja dass eine julia war und kein julian obwohl in ihren kreisen weil ich finde es auch in julian gewesen ich weiß nicht aber ist mir auch gar so ich wollte nur nein ich wollte nur dass ich habe gerade ich habe ich habe gerade nur jemanden entschuldigung dass ich den funke offensichtlich vergessen habe ich habe nur gerade jemanden witz erzählt ach so ist das soll ich dir noch mal ja 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 das wäre sehr interessant ja bestimmt ja pass auf also da ist ein kleines mädchen und so war sechs sechs jahre alt die darf zum ersten mal alleine in den gottesdienst okay dann kommt sie nach dann kommt sie nach hause und dann sagt sie ganz schön oma oma das war so toll da möchte ich immer wieder hin das oma ja erzähl mal ja und der pastor kannte mich sogar als er da oben in seinem kasten sie meinte wahrscheinlich die kanzel gestanden hatte hat er gerufen hallo julia ach so er hatte gemeint hallo ja ich verstehe ja ich bin zwar nicht so oft in der kirche aber er meinte ja ich weiß ja das habe ich natürlich ja nicht gerade jemanden erzählt also naja dann habe ich mal das für sie dann dass ich mache den ich mache den funk dann jetzt aus ja das wäre vielleicht bei so intimen gesprächen vielleicht doch besser ja so vielleicht ja müller bitte ja kannst du mal bitte hier runter kommt feld fünf du bist du hier gerade auf ecke was soll ich denn da ja komm mal bitte hier ich bin ich hier der wachhund für alle der eine hat kein telefon der andere will hier war sind da war ich bin doch an meiner arbeit hier würde ich besser meine ganzen fahrzeuge kümmern die wieder verschwunden sind ja ich komme ist ja unglaublich ich kann sparen angaben natürlich so dass ob mir die spart geklaut worden ist jo jo moinsen na alles klar die hälfte hast du schon fast verpasst ok patrick die discord einladung ist abgelaufen naja ok bisschen dran ok alles klar es wird sich gekümmert ja ich kann noch nicht zu fuß kommen ich musste erst mal mit meiner fahrzeug fertig werden hier mann 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 katk buenos mit ab ab bei ab 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 ihr seid hier ja so so bei dem so man es bitte ruhe bewahren ich sehe das jetzt ich bin hier unschuldig gar nichts haben sie sind jetzt gerade beschuldigt worden dass die schuld an diesem unfall sind nicht mehr hier bleiben alter willst du mich verarschen was auch mal hier was auch hier der freddie jungbauer jetzt erzähle ich mal der jungbauer stand bei meinem mahtrescher dann bin ich der ist zu fuß gekommen damit ich mein trecker holen gegangen bin wieder auf dem feld gewesen habe ich verabschiedet vom jungen bauer der ist zu sein nach hause gelaufen was egal wenn und dann kommt schon der fuchs und hat mir erzählt er war hier die annäher reingelaufen dann habe ich euch angerufen so sieht es aus er hat auch gesagt du warst offenbar ja aber ihr kommt er konnte sein gesicht nicht sehen deswegen war er so geblendet deswegen ist der unfall passiert also alles schuld alles klar dann dritten mal eine in die fresse da sollte sich in einer sonnebrille kaufen wenn dann nix sieht gegen die sonne für kann ich doch nichts ist mir egal dafür kann er ja auch nichts ja ich auch nicht jung war es aber habt ihr sie noch alle die hatte doch nicht nur alle ja da kann ich schon nichts für meine schönheit ich so geblendet hat ist doch dein problem ich mein was mein anhänger er will aber ich bezahle überhaupt nichts ich habe schon mal gesagt die kasse hier müller ist zu feierabend gibt es nicht mehr von müller der müller muss jetzt mal chronisch helfen hier nein ich glaube ich werde ich werde wohl mal der anwalt anrufen und in welchem mal mit dem reden und das ist mir scheißegal was der mir erzählt es nur mein anwalt wenn er sagt ich soll die auf die geldballen auskippen und da kippen trotzdem hätte also es war eine coole feierabend junger scheppeldinger gut dich zu treffen das ist ja mal wunder ich wollte eben anrufen mein traktor der jetzt hier das wäre auch noch wird das ist doch schön das ist mir doch jacke wie hose wenn hier irgendwo in in fahrrad umkippt in hinter kaifeck bin ich schuld dran oder was bei meiner adresse irgendwo auf dem poststippel ist oder was scheiße fällt immer von oben nach unten das ist mir egal wo die scheiße landet weil unter mir ist bestimmt noch irgendwo ein regenwurm dann kackt er eben da drauf aber nicht auf mich denn kommt ein trecker zu dir der wird unter verschluss bei dir gestellt vom müller was du spinnst doch nein was soll auf hier meine trecker sind schon alle weg eingeschlossen fertig nein was hältst du denn davon wenn wir mal ein mahtrecher oder sowas von ihm nein ich denke nicht dran auf wiedersehen tschüss nein ihr könnt mich mal mal schlägt nix gibt's ich muss ja die poli 9 pavola papi sein kann sauber die ticken dann nicht richtig hier haben wir einer schlimmer wieder andere ist ein traktor vergessen oder hoch du kannst auch den land hier sofort mit neben doch nämlich mit nein der ist meiner aus da das ist mein trecker raus da du kannst nicht mal raus aus meinem dreck ist der letzte auf dem hof sondern wollt ihr mich verarschen oder was ich muss arbeiten wie solche arbeiten ohne zeug ihr könnt mich mal nein die tasche ist zu feierabend hier schluss mit lustig dafür kann ich ja nichts dafür wenn du zu blöd bis auf der straße zu bleiben du vollidiot ja da guckte woanders hin ich bin nein arschgelenk schluss mit lustig hier bin ich bescheuert oder was ist einer doofe wie der andere ich glaube ich bin irgendwann auswandern hier aus dem kraft die sind ganz sauber hier zu einer blöde wie der andere denn wann der aus mache ich auch versuche nur noch genug geld zu schaffen bin ich hier weg kommen so eine scheiße der hat doch zu viel an kokain geschnüffelt also sowas ne 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 hat ich das mittel aufrufe und auf dem feld ausbringt glaubt ihr euch definitiv das ist ja mal eben was ein busen sind an ihm was unglaublich ist aber auch frech geworden oder ein maul hat der dritte das hat mein anwalt mir empfohlen nur mal zur info hat hugo ja träge läuft doch hier noch ich druck zu hause hier was ausgefahren bei ihm auf dem hof und werden erstmal paar sachen finden bisher bezahlt das kannst du vergessen ich werde mit meinem anwalt reden ich wird gar nichts wird hier gefändet will er dein anwalt ist kacke für euch vielleicht und nicht für mich der drescher bleibt stehen ich habe das ist diebstahl die sind echt nicht ganz sauber hier unglaublich das ist keine polizei das ist das ist das ist schwachsinn ist das nach hier kommt ihr euch fahrt am besten direkt mal hier abladen vor der sonne konfliziert wird wird Okay. Oh, 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 sorry, hups, jetzt hat er aber ganz schön hochgekippt, ne, aber besser ganz reinfahren hier, ne, so, wo ist denn jetzt der Reitmeier? Ich würde mal hier hin, vielleicht hat er ja noch alle Tassen im Schrank, mal gucken, der noch ganz dicht ist. Herr Reitmeier? Sitter. Servus. Eine kurze Frage, ich glaube, da unten, sie sind alle bescheuert. Ich erkläre mal gerade die Sache, ne, ich habe meinen Drescher stehen gelassen, habe den Herrn Jungbauern gesehen, der kam zu Fuß, habe gesagt, ob wir mal gerade auf meinen Drescher aufbauen, weil so viele Sachen auf meinem Hofstuhl wieder verschwunden sind, ich komme dahin, hier kommt Ihr Bruder schon, der wird mir bestimmt wieder gleich das Maul fallen, da komme ich dahin, da sagt der Karl Fuchs, er hätte einen Unfall, ich habe sie angerufen, wissen Sie noch, ne, ich habe sie angerufen, dass der einen Unfall baute, jetzt hat der Ihren Bruder erzählt, er wäre geblendet worden durch mich und hätte deshalb den Unfall gebaut, jetzt will Ihr Bruder meine Fahrzeuge fänden, sind ja noch ganz dicht, ich bezahle hier nichts mehr, das geht so nicht, ich bezahle hier nichts mehr, ich bin ja nicht die öffentliche Kasse, das geht nicht, das funktioniert so nicht. Ja, ja, warte mal, Dieter. Das ist doch scheiße, ist das. Sag aus einmal da, aus der Möhre. Das kann ja nicht wahr sein. Was war denn da unten mit dem Unfall schon wieder, was war da, wer ist, wen reingefahren, Drescher, kaputt, tote, was? Ja, pass auf, ich erkläre dir das jetzt. Der Fuchs ist am Feld lang gefahren. Am Feldweg, ja. Ja, hat den Müller gesehen, war geblendet von, naja, gucke ich ihn dir an, und ist dem anderen reingefahren. Den anderen? Ja. Den Jungenbauern, auch die Anhänger, ja. Den Jungenbauern. Ja. Ja, weil der Müller am Feldrand war. Nein, der Müller war einfach nur am Feld. Hat seine Arbeit gemacht, sonst gar nichts. Guck dir den Müller an, wie hässlich der ist. Das ist kein Wunder, dass der andere so geblendet war und dem anderen da reingefahren ist. Und trotzdem kann ich nichts für, soll auf die andere Straße gucken. Ist nicht mein Problem. Da musst du dir eine Maske aufsetzen. Das ist mein Problem. Du sollst da hinkucken, wo er will. Erster als letzter gekommen, kann er wieder als erstes gehen. Die Einkaufsläden haben so einen großen Papiertypen. Kannst du die über den Kopf stülpen? Ja, dann musst du dann besorgen. Dann mach ich das. Ja, ja. Und was mit den Fahrzeugen? Was hast du mit den Fahrzeugen gemacht, Dieter? Er will die konfizieren lassen, oder hat schon meinen Drescher konfizieren lassen, damit ich dir irgendwelche Schäden bezahlen soll. Ja, weil er den nicht zahlen will. Ja, warum soll ich das zahlen? Ich bin doch gar nicht schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Er muss doch irgendein Polizist sein, der nur ein bisschen Grips hier im Ort hat. Dass das nicht sein kann, oder? Moment, ich komme gleich wieder. Moment. Aber gut, meine Freunde, das klären wir in der nächsten Folge. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt mit dem Teamspeak vorbei. Die Nummer dazu steht in der Videobeschreibung. Und ja, bis dahin würde ich sagen, haut rein, ne? Tschüss. 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 Oh. Moment, stopp, stopp.